Hör auf, du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Entschuldigung, mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Ach ja? Dachte, da oben wär gar nicht so viel Platz. Schaut euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Was hat's gedacht? Ich hätt große Pläne. Ach ja? Raus damit, woran arbeitest du? Tja. Spiel mit dem Gedanken, ne Bank in der Stadt auszurauben. Ne Banküberfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauch nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab. Muss er ja nicht wissen. Du willst den Don hintergehen? Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding ein Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werd nichts sagen. Ich hab dir viel zu verdanken, aber... Wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don, oder vergiss es. Ja. Ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Such einen Zoll-Laster und triff uns beim Zoll-Depot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja. Ernst wie ein Priester. Genau das hab ich befürchtet. Bäh. Warte, keine Sorgen. Alles klar. алt. Ja. Ich gehe mal. Das war's für heute. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit! Okay, Tom. Das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kammer und Zigarrenkamen in einem Boot namens The Bohemia, angenommen am Dienstag, dem 23. Klar? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Ich wünsche mir gerade auf, wenn du gehst. Ja. Ja. Je mag jetzt hier. Die Fetts schieben heute Nacht Überstunden. Mit diesen Kisten werden wir nie fertig. Auch nicht in der Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heul dich! Geh! 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 Ja! Ja! Das wird helfen. Ich habe sicher schon hundert Kissen überprüft. Interessant. Alles nur Müll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nee, nichts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das wird helfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. 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 Ich muss sie bald finden. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist die letzte. Das war's für heute. Das war's für heute. Vor uns ist eine Straßensperre. Finde einen anderen Weg. Sie dürfen uns auf keinen Fall sehen. Das war's für heute. Noch ein Kontrollpunkt. Das war's für heute. 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 Was? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. leist. Na bravo Jungs, bravo. Ihr könnt euch auf einen schönen Bonus freuen. Sollen wir die Kisten in die Lagerhalle bringen? Nein, ihr könnt gehen. Diese Idioten werden das übernehmen. Sicher? Was hab ich gesagt? Okay Boss. Wir hauen ab. Sir, bring mich zurück zur Bar. Klar Boss. Kommt ihr mit? Wir nehmen den Zug. Okay. Wir sehen uns. Verdammt. Ich hab die Schnauze voll. Hätten die uns mit dem Stoff erwischt, wären wir im Knast gestorben. Ja, aber was willst du machen? Hab ich dir schon gesagt? Die Bank? Ja. Mir egal, was Sam sagt. Ich hol mir den Zaster. Was springt raus? Machst du mit? Wir reden nur. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Welche Bank? Grand Imperial. Grenze North Park und Zentrum. Ja, war vor längerem mal da. Scheint nicht gut geschützt zu sein. Leichte Flucht? Kassierer, die sich wohl nicht wehren würden? Geht nicht allein. Mal sehen. Ich verkauf kein Teer für den Don, ohne dass wir beteiligt sind. Und ich weiß nicht. Ich will die Straße nie wiedersehen. Welche? Auf den Knien. Arme Tussi kriegt was ab, weil sie uns in die Quere kommt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Pech gehabt. So läuft es bei uns immer. Ich sag's dir, Tom. Es ist perfekt. Ich hätte dich nicht dazu geholt, wenn ich von der Sache nicht überzeugt wäre. Wir werden sehen. Bevor was passiert, will ich fakten. Falls ich geschnappt werde, ist es mit Sarah aus. Du musst an deine Familie denken. Vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja. Ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mach ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauly. Nach nem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile ne Kugel. Mann. Ich bin schon seit langer Zeit soweit. Wir sitzen hier rum seit sechs Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werd langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlafe ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich hab die Scheiße schon tausendmal gehört und am nächsten Tag, am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Ohse. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen... Keine Ahnung. Dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar. Aber wenn wir das machen, warten wir, bis alles wieder ruhig ist. Ha, ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. Keine Planänderung. Gut. Ich kümmere mich um die Leute, du um den Direktor. Mach was nötig ist, falls Drohnen nichts bringt. Er hat die Tresorraumschlüssel. Wie viel Zeit, wenn ein Kassierer Alarm schlägt? Vielleicht fünf Minuten, bis die Cops kommen. Was, wenn's schief geht? Ich alber nicht rum, Tom. Tauch nicht auf, wenn du im Tresorraumschlüssel hörst. Ohne das Geld läuft nichts. Bist du bereit? Ich bin bereit. Alle runter auf den Boden! Auf den scheiß Boden! Ihr nicht, Mädels. Bleibt, wo ich eure hübschen Augen sehen kann. Keine Bewegung oder es knallt! Hol den Direktor! Das ist fortgeschätzt. Vertraue. Ich bin bereit. Vielen Dank.